Dieses zu veräußernde, renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin-Kölpenick. Das im Jahr 1937 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Parkplatz. Es hat eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 925 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 396.500 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017